Guten Tag und schön, dass ihr noch mal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit dem König Karl von Saarbrücken. In der letzten Folge haben wir zwei unserer Töchter verlobt. Einmal mit unserem Neffen Meinhard und die Prinzessin Frederica haben wir, oder das ist noch nicht angenommen worden, mit einem, also nicht mit dem Neffen, aber mit einem Verwandten aus unserer Dynastie verlobt. Und zwar den Nachfolger auf das Königreich Dänemark. Und wir befinden uns momentan auch in zwei Kriegen. Eins, wo wir aktiv daran beteiligt sind. Einmal hier wegen dieser dänischen Revolte, beziehungsweise nicht die Revolte, sondern dieser Abenteurer. Und gleichzeitig noch so passiv hier wegen Pannonia, was aber relativ bald vorbei sein sollte. Deswegen wollen wir natürlich diesen Anspruch hier unterstützen. Also weiter, dass der gute Tod, ne Björn, Björn ist es, weiter Herrscher bleibt. Wir werden mal versuchen hier oben anzugreifen. Die Lehrzeit in Religion und Bildung von Klein-Udalrich Vokido ist abgeschlossen. Die Ergebnisse sind nicht so gut. Wie oft? Ach, was soll's. Okay, ist ein Wanderpriesterer geworden. Er ist nun erwachsen. Ja, Nachfolger auf... Er ist ja Nachfolger auf das Königreich Sarrbrücken, Kroatien und Thüringen. Also wird mal hoffentlich ein sehr mächtiger Herrscher. Können wir uns den ja mal ein bisschen anschauen. Wanderpriesterer, ungehobelt, gesellig, treuherzig und keuig. Ja, kann ein bisschen Verwaltung, aber das war's dann auch. Er hat hier auch noch einen Anspruch. Könnten wir das eigentlich durchsetzen? Ich glaube nicht. Ne. Da müssen wir jetzt auch noch mal bald durchschauen, ob wir da noch ein paar Sachen finden. Denn der Herzog Fukasin, dem könnte man noch etwas geben. Ja, und dann auch mal selber, dass wir auch unsere Bedürfnisse nach Titeln da mal stillen können. Okay. Und der Papst ist gestorben. Okay. Wir wollen uns auf jeden Fall den Kampf hier oben anschauen. Gegen die Haupttruppen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Genau, wir hatten ja auch den Reichsfrieden durchgesetzt, als wir gesehen haben, dass sich da unsere Vasallen gegeneinander bekämpft haben. Da haben wir einen Riegel vorgeschoben und das eben beendet. Und tatsächlich, Anonia ist nun Teil des HRR. Okay, das läuft einigermaßen. Hier die Mitte ist komplett zusammengefallen. Aber Hauptsache gewonnen. Dann versuchen wir das jetzt zu befreuen. Okay, die laufen da wieder rein. Siehe ich das richtig? Ach, die kämpfen jetzt hier gegen die Rebellen. Wow. Das sind aber sehr viele Truppen. Naja, ist egal. Wir sind hier dabei, das jetzt zu befreien. So, er ist jetzt Teil, auch Teil, ja genau. Er ist ja jetzt König und er ist als König jetzt Teil des HRR. Genau, das war ja die Frage, die ich mir gestellt habe, ob das denn so funktioniert. Oder eben nicht. Und es funktioniert so. Und jetzt kommen die Truppen hier natürlich noch in den Norden. Werden das dann jetzt auch machen. Das heißt, wir können eigentlich überlegen, dass wir bald unsere Truppen nach Hause bringen. Oh, es gibt eine gefährliche Fraktion. Graf Ehrenfried von Kroatien. Nee, die wollen gerne, dass er den Titel bekommt. Okay. Okay, es ist wieder unser Vasall aus der Steiermark. Nein, den Lenzern werden wir nicht um Titel bitten. Okay, die bekämpfen sich auch gegenseitig. Wir müssen uns um ihn hier auf jeden Fall kümmern. Weil der macht jetzt dauerhaft Stress. Okay, Geld, dann soll erobert werden. Ja, der Kaiser hier, der macht schon ein bisschen Stress. Okay, das haben wir befreit. Und jetzt laufen wir mal hier hin, um die da irgendwie einzufangen. Ich kann wahrscheinlich hier rüber laufen. Laufen wir halt eben hinterher. Wow, hier sind 30.000 Truppen. Unser Neffe ist gestorben, okay. Es gibt eine Verschwörung, wir werden das ablehnen. Nein, unseren Kaiser wollen wir definitiv nicht umbringen. Ist die Frage, ob es sich jetzt überhaupt lohnt, da noch hinterher zu laufen. Ich glaube nicht. Wir werden abdrehen, unsere Truppen hier nach unten bringen. Zurück in die Heimat. Okay, sie soll wieder umgebracht werden. Ja, dann werden wir sie höchstwahrscheinlich wieder ins Versteck bringen. Genau. Ach, das ist nicht angenommen worden. Ich dachte, das wäre angenommen worden. Oder habe ich das verwechselt? Nee. Oder wird das abgebrochen, sobald die ins Versteck gebracht werden? Nee. Okay. Es kann sein, dass das natürlich wieder korrigiert wurde. Nachträglich, aber... Ah, schaut mal an. Okay. Er ist schon mit jemand anderes verlobt worden. Da waren wir wahrscheinlich eine Sekunde zu spät da gewesen. Okay, schade. So, die braucht einen Bildungsschwerpunkt. Dann bekommt sie mal die diplomatische Ausbildung. Wie gesagt, wir machen uns jetzt da nicht einen großen Gedanken darüber. So, die bewegen sich auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück. So, und das hier geht hier um das Erzbistum von Geldern. Hier oben. Okay. Und das unterstützt der Kaiser? Ah, nee. Nee, nee. Okay. Ja, was? Missverstanden. Hier der... Die... Jo, 28.000 Truppen. Ähm, okay. Ja, da ist ein sehr ambitionierter Herr gekommen, der da gerne sein... Sein Erzbistum hätte. Naja. So, Waffenstillstände laufen bald aus. Wir lassen die mal weiter im Versteck. Ähm, unsere Truppen sind hier quasi jetzt gleich zu Hause. Dann können wir sie auch schon mal abspalten. Ähm, genau. Ähm, Wojtek hat einen Sohn bekommen. Unseren Neffen. Und er möchte ihn gerne Wojtek nennen. Wir haben überhaupt kein Problem damit. Oh, und hat noch eine Tochter bekommen und möchte sie Emma nennen. Natürlich. Akzeptieren wir ebenfalls. Ähm, beide bekommen einen Fokus. Er kriegt mal Sparsamkeit. Und Emma bekommt dann mal... Ähm... Ja, die bekommt mal Kampf. Ja. Ansonsten, wie gesagt... Ich denke, diese Invasion wird es fehlgeschlagen. Das HR kämpft ja jetzt da oben mit. Der Kaiser, der wird sich schon drum kümmern. So, gefährliche Fraktion, genau. Ähm... Ja, der Erzbischof von Mainz, das ist schon mal problematisch. Dem können wir auch den Titel nicht entziehen. Ne, das hätten wir vorher machen können. Als er noch eine Straftat getan... Äh, getan... Ja, doch getan hatte. Gangen hatte. Ähm... Aber gut. Warum macht er das eigentlich? Wahrscheinlich, weil er kein Mitglied des Rates ist. Aber den können wir halt eben auch gegen niemand anderen austauschen. Höchstens den Hofkaplan. Geht das? Ne. Da könnten wir höchstens wieder Baldallrich wieder hinstellen. Und unser Berater ist nochmal wer? Das ist... Er hier. Kann er vielleicht was? Er könnte ein ganz guter Kämpfer sein. Aber dann müssten wir ihn hier wieder... Er wäre relativ gut in Intrigen. Aber da haben wir unsere Schwester. Naja... Schwierige Sache. Er hat auch kein... Kein Interesse daran, da nicht sich dran zu beteiligen. Okay. Ja, ist halt eben... Riskant. Aber... Ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt genau machen können. Hm. Also so Gelage oder sonst was, das werden wir nicht machen. Also das passt zu ihm überhaupt nicht. Okay. Sachsen hat einen... Eine Grafschaft übernommen. Und ein Herzogtum. Okay. Er hat halt eben das komplett übernommen. Okay. Interessant. Aber jetzt auch nicht so interessant, dass das für uns jetzt irgendwie krass ausschlaggebend wäre. Okay. Oh mein Gott. Da laufen 9000 Truppen rum. Ich hoffe, die laufen jetzt nicht in... Ne, gut. Die laufen an uns vor. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Wenn die jetzt hier in uns reingeprettert wären. Ja, wir haben sehr viel Geld. Wir könnten schauen, dass wir vielleicht wieder ein bisschen was ausbauen. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Wir schauen erstmal hier in Saarbrücken, was wir hier bauen können. Wir könnten Kaserne bauen. Turnierlisten. Antrittsplatz. Einen Hof könnten wir hier bauen. Dauert sehr, sehr lange. Da müssten wir erstmal hier unseren Kämmerer hinbringen. Ja, Bartholomeus. Ist auch nicht so fähig. Hätten wir da eigentlich jemand Besseren? Ja, Wojtek. Da wird es nicht mal viel ausmachen, wenn wir da Emmerich hinstellen. Das ist natürlich die Frage. Er ist auch unser Bruder. Den wollen wir schon gerne da irgendwo nah bei uns haben. Man könnte ihn abspeisen mit einem niederen Titel. Dass er dann beispielsweise... Ja, okay. Seneschal haben wir auch schon. Ja... Hm. Ist eben die Frage. Naja, wir werden ihn erstmal... Wo ist er? In Metz. Dann werden wir ihn hier nach Saarbrücken bringen. Und werden hier den Hof bauen. Bauzeit 1400 Tage. Dauert sehr, sehr lange. Aber bringt Steuereinnahmen und ist auch gut für die Leute dort. Eine Kirche würde ich nicht bauen. Eine Kirchenstadt wäre schon eher was. Werden wir auch machen. Wir geben mal ein bisschen Geld aus. Damit das auch so ein bisschen an die Leute zurück geht. Das ist, denke ich, wie gesagt, gar nicht so verkehrt. Okay, hier kämpfen sie. Könnte überlegen, jetzt da rein zu laufen, um da ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Aber das werden wir nicht tun. Okay. Wir haben hier wieder schwache Ansprüche, die wir durchsetzen könnten. Wir werden auch wieder kurz pausieren. Was passiert da? Hat einen Gefallen eingefordert. Okay. Petronia, unsere Schwester, ist irgendwas am Vorbereiten, weil sie fordert jetzt hier Gefallen ein. Hm. Bin ich mal gespannt. Naja. Äh, nee, das wollte ich nicht, sondern hier genau. Wir haben hier einmal die Grafschaft Bar und auch das Herzogtum Franche Compte. Und da haben wir Herzogin Cotilda von Steiermark, das ist die Ehefrau von ihm hier. Okay. Ist jetzt natürlich die Frage, warum sollten wir ihr helfen? Unser Kanzler, das könnte ich noch eher verstehen. Aber auch das eher weit weg. So, hier geht es auch um eine Grafschaft für Emmerich. Ja, momentan hier nicht. Dann haben wir hier wieder eine Grafschaft in Alba. Die Ehefrau unseres Bruders, von unserem Bruder Kedus. Okay. Schöne, äh, schönes Wappen. Ähnlich wie, wie das Wappen von Saarbrücken könnte man, als hier hinten ist natürlich die Frage, ob wir da überhaupt hinkommen. Ähm, und wir müssen ja gegen das Königreich kämpfen, also gegen ihn hier. Ja, ja, ja. Könnte man sich aber noch irgendwie vorstellen. Dass wir das vielleicht machen, aber nur vielleicht. Ist aber auch eher weit hergeholt, aber immerhin etwas näher verwandt, beziehungsweise verschwägert. Ähm, Herzogtum Berry. Was ist das genau? Das ist das hier. Das wäre dann ein Teil von uns. Sie haben halt schon wieder so zersplittert. Also, das ist dann auch so, sieht auch nicht schön aus. So, dann haben wir hier die Sachen gegen Panunia. Würden wir gegen ihn hier kämpfen. Wir haben hier selber Ansprüche für uns. Wir können auch mal schauen, dass wir vielleicht mal noch Ansprüche fingieren lassen. Dann Wilhelminia von Wittelsbach. Er hat einen Anspruch. Okay, das wäre dieses Herzogtum. Wäre auch relativ groß. Dann hätten wir das Herzogtum Pest. Das wäre das hier. Das wäre er. Der Ehemann von unserer Schwester. Okay. Ja. Ach, das ist der Meinhard, der mit unserer Tochter verlobt ist. Okay. Oh, dann habe ich das irgendwie verwechselt. Nee, nee, nee. Der ist ja hier Bruder von... Ja, genau. Okay. Ja. Okay. Das wäre das eine. Also, das wäre eine Möglichkeit, die wir machen können. Das hier ist wieder eine Grafschaft. Hier hätten wir auch wieder ein Herzogtum. Das sind tatsächlich Sachen, die sehe ich als sehr wahrscheinlich an. Das werden wir wahrscheinlich als nächstes machen. Transsilvanien genauso. Unikung war... Hat alles die gleiche Person. Das ist er. Ja, aber alle kann man nicht beanspruchen, oder? Unser Rat wäre auch nicht dafür. Warum eigentlich? Das ist doch für sie positiv, oder nicht? Naja. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Wir schauen mal durch. Herzogtum Abruzo. Da haben wir auch zwei Personen. Einmal Emma Askanien und Sibyllen von Nordheim. Auch keine Person, die jetzt so sonderlich nah sind. Welches Herzogtum wäre das? Das wäre hier weiter im Süden. Okay. Das wäre wieder eine Grafschaft. Hier hätten wir wieder ein Herzogtum. Okay. Ja, das sind aber alles wieder Leute, die eher weit im Pferd sind. Aber natürlich kann man dann so argumentieren, das ist relativ nah. Man darf ja nicht vergessen, die werden ja dann unsere... Oh, wir können einen Anspruch hier auch finden. Ah, dann würden wir den Papst fragen. Okay, da ist jetzt natürlich die Frage. Wir sind... Ja gut, zynisch. Also... Wäre eigentlich relativ egal. Ist ja egal, woher wir den Anspruch bekommen. Obso wir können dann einen Titel bekommen. Hier geht es um das Herzogtum Thüringen, was egal ist, weil das unsere Ehefrau ist. Ja, ansonsten haben wir nochmal das. Okay. So, und ansonsten haben wir halt eben noch... Ähm... Ne, hier war das. Genau, diese beiden Grafschaften. Aber da müssten wir uns hier gegen ihn hier auflehnen. Der momentan der mächtigste Herrscher im Reich ist. Also nach dem Kaiser natürlich. Äh, was natürlich auch ein bisschen problematisch ist. Wie gesagt, wir sind ehrgeizig, aber nicht Lebensmittel, dass wir einfach in irgendeinen Krieg reinlaufen. Was macht unser Kanzler momentan? Er... Beansprucht Baden. Genau. Wir wollen erstmal die Grafschaft da in Anspruch haben und dann dann auch das Herzog... Wow, das ist ja einfach nur das. Aber gut, man könnte dann hier, ähm... Versuchen... Ähm... Die Sachen, die Dejure dazu gehören, ähm... Zu erobern. Wir können ja mal kurz gucken hier beim Papst, wie sieht's hier aus. Wir kriegen keinen Anspruch, weil... Es muss ein gültiger Titel verfügbar sein. Okay, das geht schon mal nicht. Aber wäre sowieso eher uninteressant. Gut. Hm. Na, da werden wir mal schauen. Schön wäre es, wenn wir mal die Sachen hier auch wieder so ein bisschen weiter geordnet bekommen. Also Oberlothring wäre wahrscheinlich sogar noch das... Wahrscheinlichste. Dann natürlich hier für einen von diesen Personen ist nur die Frage eben, was das jetzt eben genau bringt oder für welche Person. Wahrscheinlich noch eher für sie, weil sie die Frau vom... Von unserem Kanzler ist. Man könnte überlegen, dass man hier den Georg von Berg irgendwie mit einer von unseren Töchtern verlobt. Und dann diese Titel dann früher oder später halt eben in den Besitz unserer Dynastie kommen. Ich glaube, das könnten wir machen. Das wäre durchaus plausibel. Ja, oder unsere Nichte. Spielt ja keine Rolle, ob das jetzt unsere direkten Verwandten sind. Also jetzt in dem Form von Töchter. Kann natürlich auch hier die Nichte sein. Ja, ich denke, wir werden hier mal mit Emma. Genau. Ah, das will er nicht. Steht in der Erbfolge zu hoch. Hm. Ja, das wäre schon schön, wenn wir das irgendwie in die Dynastie bekommen. Und er? Ist er auch zu hoch? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, da werden wir mal schauen. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Äh, ja, ich bedanke mich. Doch, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr... ...m nächstes Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Kompass. Bambuso. Ja, das wäre schon schön, wenn wir das irgendwie in die Dynastie bekommen.